Hallo, liebe Deutschlerner! Dies ist meine derzeitige Coworking Space und ich bin am arbeiten. Es ist recht spät, deswegen bin ich auch der Einzige hier und jetzt werde ich langsam müde. Jetzt ist langsam Zeit nach Hause zu gehen. Aber was passiert, wie es manchmal passiert in Asien? Es regnet und nicht zu knapp. Also wenn es regnet, dann regnet es hier sehr, sehr stark. Das nenne ich mal einen Regen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera sieht, aber es regnet schon recht stark. Also ja, was nun? Ich glaube, ich muss ein bisschen warten, vielleicht ein kleines bisschen mehr arbeiten und dann geht es auch für mich nach Hause. Okay, ich wollte diesen Moment nur kurz mit euch teilen. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen in mein Arbeitsleben. Okay? Alles klar. Bis dann!